Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute mal wieder Free Fire Max in dem Battle Royale und danach in Clash Squad. Viel Spaß! Und Battle Royale geht los in den Flieger. Ich muss mal wieder meine M82B weiter aufwerten, also sprich wieder ein bisschen spielen, weil ich sonst immer weiter runterrutsche in den Run Level. Ich bin schon Level 70. Die hat Handschellen. Gefährlich. Die hat eine Pfanne. Der Mann auch. Der hat ein Schwert. Ein Katar. Oder die. Der, die, das. Okay, dann schauen wir mal. Wir müssen nach unten rechts. Was mache ich denn hier? Zack. Sofort in der Nähe. Nice. Erstmal hier reinrennen. Keine Waffe. Keine Waffe. Das gibt es doch nicht. Ah. Meine MP5. So, jetzt brauchen wir erstmal einen Rucksack. AC. Oh, schön. Okay. Da ist ein besserer Rucksack. Okay. Doms ist aber schon durchgelaufen. Oh, noch was? Wenn man schnell durchläuft, kann man meistens nur eine Sache mitnehmen. Okay. Schauen wir mal kurz. Läuft da ein Typ rum? Scheint nicht so. Also Schrottflint wieder rein. Falls er auf einmal doch vor meiner Nase steht. Habe ich ein schönes Argument. Ne. Habe ich doch gerade schon gemacht. Tja. Was mache ich denn hier? Ich laufe ja hier rum wie ein Geisteskranker. Okay. Mmh. Alles klar. FSS, die mag ich nicht. Ne, nehme ich nicht. Bei dieser Runde ist es ganz komisch, ist es mal hier im Nahkampf oder im Fernkampf? Nicht bei dieser Runde, sondern hier bei diesem Eck, meinte ich, ich würde sagen sowohl als auch, ist zwar doof für Leute, die so ein bisschen langsamer sind wie ich, also ich sag mal so, ähm, ich bin so ein mittelmäßiger Spieler hierbei, ja, würde ich sagen, ich bin kein Vollprofi, ich bin kein Profi, aber so ein bisschen Ahnung habe ich auch von dem Spiel. Hm, wie kommt man da rein, schau nochmal, F. Nein, äh, Tab, meine Güte, F, wie komme ich da auf F? Verflixt und zugenimmt. Oh, 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 da, F, da brauche ich F. Und jetzt kann ich auch wirklich nur im Nahkampf gehen oder in relativ, oh, eine H. Ah, das ist zum Ende finde ich alles. Nicht immer, aber manchmal. Ha, ha. Da habe ich den voll weggenockt. Ah, die Kist hat sich geändert. War gerade der Schock, deswegen Deckung. Okay, wo müssen wir hin? Da ist ein Spieler. Kann ich den weggnocken? bilanzinierende Der. Oui, ja. Oh, sorry. Das war gut. Ah, schön. Jetzt schnell hinrennen. Alles mit dem, was er eingesammelt hat. Vollen Headshot. Okay. Und weiter. Ah, wir haben doch hier... Das ist eine Spring-Zeugs. Guck da. Und einmal kurz. Was wählen? F. Ah, ich komme da nicht hoch. Scheiße. Fuh. Ah. Oh. 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 Ich hab dich. So jetzt kommt der nächste Akt. Wir laufen. Oh, ein Pilz. Denken wir uns. Gefährlich wie ich laufe, aber muss so sein. Na, Kampf. Das war Krap. Oh. Oh. Oh, ist doch nicht, aber egal. Da hinten ist einer. Der ist zu weit weg. Also, er ist nicht zu weit weg, aber er läuft scheiße. Okay, wir sind doch voll an Kämpfen. Dann kann ich ja in Ruhe da hinlaufen. Okay. 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 Wir wechseln auf Nahkampf. Wollen die Schalen? Ne. Das spricht drüber. Das spricht drüber. Okay. 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 Ja, ich bin hier. Okay. 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 Ach ja. Nice. So jetzt kommt die nächste Runde CS. Ich wollte schon die SB sagen. CS. Und die nächste Runde CS-Squad. Geht los. So. Schauen wir mal. Was haben wir hier Schönes? Eine. Ups. Da ist eine Ups. Oder Usp. Ich muss vorgehen. Ich habe eine Rüstung. Ehr nicht. Ah. Oh nein. Usp. Eine Ups. Oh nein. 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 Bill kill. Ich will! hui nice boah das war gerade so puh wir wissen das lieber nie herz rasen das war so viel adrenalin für mich ich hatte einen kill gehabt ich muss rüber laufen da ist die truhe voll weg herz mia Wow Nice Danke, 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 Danke Die meinen doch mich, oder? Meinen sie mich? Ich gehe davon aus, dass sie mich meinen Welcher noch Kampf war für den Bar? Die Seher Hier gibt's Ressourcen Ah, zu wenig Punkte nur Okay Ah, hat auf mich geschiesst Warum machen die denn sowas? Ah, Leute, helft mir Ah, Hilfe Ah, lauf schneller Ich will nicht sterben Warte, 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 warte Hier oben ist einer Ah Ich wurde gekauft Gekillt Komm, man kriegt den Like jetzt Er wollte mich retten Super Ja Ja Nice So Was holen wir uns jetzt Also ich habe ja jetzt mal wieder gar nichts Also Ich hole mir die MX-8 Dann Ich brauche eine Rüstung Ohne Rüstung bin ich aufgeschmissen Ah Nur bei denen hier noch Hui Ich hatte auch wieder einen Monitor mit der Maus Ah Das habe ich gekriegt Dankeschön Oh Oh Nice Mhm Magic perceptions Die Double kill Er läuft da? sorry ich musste dich als opfer nehmen oder was heißt als opfer als als lockvogel lockfogel genau so schön ich hatte beste schau mal uns mal als anja like 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 und 22 77 keiner war besser als ich okay damit sage ich dankeschön für zuschauen ich würde ich freue mich dabei ist damit viel spaß und tschau tschau